Hi zusammen, mein Name ist Corinna Kirchner und ich bin Global Product Manager bei OASE und zuständig für das BIOP-Portfolio. In diesem Jahr möchte ich Ihnen ein paar neue BIOP-Decorsets vorstellen. Ein Teil der Ambition bei BIOP ist es, Entlösung Möglichkeiten für die Verbraucher zu schaffen, ihr Aquarium zu dekorieren und dementsprechend zu personalisieren. Dabei ist es immer unser Ziel sowie Inspiration als auch eine sehr einfache Lösung für den Verbraucher zu bieten. Unsere Dekoartikel sind vom britischen Designer Samuel Baker entworfen worden und er lässt sich dabei komplett von der Natur inspirieren. So erschaffen wir wunderschöne Dekoartikel für ihr Aquarium zu Hause. In den letzten Jahren haben wir vermehrt festgestellt, dass die Verbraucher oft die Qual der Wahl bei unseren Dekoartikeln haben. Dementsprechend haben wir eine neue Subkategorie, die BIOP-Decorsets entworfen. So bekommt der Kunde einen kompletten Look in einem Karton. Jedes dieser Sets, welches wir in diesem Jahr auf den Markt bringen wollen, wurde mit einer bestimmten Inspiration im Hinterkopf erstellt. Diese drei Sets, die wir Ihnen heute vorstellen möchten, sind Orange Flames, Forest Rhythm und Rock Valley. Diese drei Dekorsets passen perfekt für unsere beiden Bestseller-Aquarien, unsere 15 und 30 Liter Becken. Aber diese Dekorsets eignen sich auch ideal als Basis für jedes weitere größere Aquarium. Die neuen BIOP-Decorsets sind eine perfekte Ergänzung zu unserem Portfolio. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Freude mit den BIOP-Decorsets.